Der Ex-Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, ist Donald Trumps privater Anwalt. Im Auftrag des US-Präsidenten bemühte sich der 75-Jährige schon Monate vor dem ominösen Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelensky um belastendes Material über Ex-Vizepräsident Joe Biden. Biden ist Trumps potenzieller Herausforderer bei der Wahl 2020. Giulianis Rolle rückt jetzt ins Zentrum der Kongressuntersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wegen Amtsmissbrauchs. Mehrere Ausschüsse des US-Repräsentantenhauses haben den Trump-Intimus in rechtlich verbindlicher Form aufgefordert, ihnen seine Dokumente zur Ukraine-Affäre auszuhändigen. Laut Gesprächsprotokoll drang Trump in seinem Telefonat mit Zelensky darauf, dass sich die ukrainischen Behörden bei den erwünschten Nachforschungen zu Biden mit Giuliani und Justizminister Bill Barr zusammenschließen sollten. Kurze Zeit später traf sich Giuliani mit einem Berater Zelenskys in Madrid. Und wieder ging es um die Bidens. Bis heute haben weder Trump noch Giuliani Belege für ihre Verdächtigungen gegen den demokratischen Ex-Vizepräsidenten und seinen Sohn vorgelegt. Den Präsidenten könnte die Ukraine-Affäre nun ein Amtsenthebungsverfahren einhandeln. In Regierungskreisen in Washington zumindest kennt man bereits den Mann, der für das Schlamassel verantwortlich ist. Nicht Donald Trump, sondern Rudy Giuliani.